Hallo, ich begrüße euch zu einem neuen Video von eBikeTV und in diesem Video will ich mal ein bisschen provokant sein und mal raushauen, was ich denke, was mich eigentlich im Moment in dieser ganzen Geschichte mit Fahrrädern und E-Bikes und EMTBs eigentlich echt am meisten nervt und wo ich denke, wo die Industrie auf jeden Fall deutlich besser werden könnte. Wenn ihr wissen wollt, was das alles ist, in welchem Zusammenhang mein Video und noch zwei andere Videos steht und warum der letzte, der fünfte Punkt super hart zu diskutieren ist, wenn ihr das alles wissen wollt, dann bleibt in diesem Video dran und folgt bis zum Ende und kommentiert das entspannt freundlich in die Kommentare. Du suchst eine eBike-Versicherung? Dann schaut doch mal unter www.helden.de Hallo, mein Name ist Matthias Faber, Sportwissenschaftler, begeisterter Bike-Industrie-Insider und natürlich auch Kenner der Szene. Und in diesem Video möchte ich auf drei verschiedene Videos eingehen und diese sozusagen so ein bisschen zusammenwürfeln und in einen Kontext bringen. Und das ist einmal mein eigenes Video zum Thema Droht der Crash am Fahrradmarkt? Und dann ein weiteres Video von Rob Rides EMTB, was gerade online gegangen ist, wo er darüber spekuliert oder spricht, warum es eigentlich total kontraproduktiv ist, dass jeder E-Bike-Motorenhersteller sein eigenes Zeug macht und es überhaupt nicht kompatibel ist. Und am Ende natürlich noch ein Video von unseren Freunden von Fitbike, die darüber sprechen, was sie eigentlich extrem an der Fahrtindustrie nervt. Und ich habe mir mal fünf Punkte definiert, was ich denke, was man anders oder wo auf jeden Fall Kritikpunkte sind, wo vielleicht jeder E-Bike- oder EMTB-Hersteller einfach mal wieder die Uhren spitzen sollte, um einfach vielleicht auch mal zu denken, okay, kann ich da vielleicht auch was dazu beitragen, um halt sozusagen noch stärker und noch besser zu werden. Fangen wir erstmal an, wie sieht es momentan in der Fahrradindustrie beziehungsweise am Markt auf? Gerade kam von der Accel-Gruppe, wo LaPierre, wo Ghost, wo Highbike, wo Minora, ich glaube auch Raleigh dahinter steht, dass die extreme Probleme haben und ihre Gewinne auch extrem eingebrochen sind. Irgendwie von 75 Millionen Euro Gewinn irgendwie auf 10 Millionen. Auf jeden Fall auf Zahlen, wo jeder Analyst sagt, oh, da ist aber was los. Hintergrund ist, dass in der absoluten Boom-Zeit des Fahrradmarktes, glaube ich 2021, die Accel-Gruppe von einem Hedgefunk gekauft worden ist und die sich extreme Margen versprochen haben oder Gewinne, das leider nicht eingetreten ist. Ein Symptom dafür, wie schlecht es denen geht, war gerade die Meldung, dass die Firma Ghost, das ja ein deutsches Produkt war, aus Waldsassen ausgelagert wird und in Tschechien oder Ungarn jetzt produziert wird. Um einfach Kosten zu sparen. Hier würde ich sagen, droht natürlich auch vielleicht, weiß ich auch nicht, auf jeden Fall Schlimmes, wenn sozusagen die CEOs das nicht in den Griff kriegen, weil die auf ganz, ganz hohen Lagerbeständen sitzen und natürlich nicht so viel Geld einnehmen. Man muss aber auch ein bisschen bedenken, dass ja die Accel-Gruppe am Anfang der Corona-Pandemie alles in Asien gestoppt haben, also jegliche Produktion, nichts mehr produziert und fern wie zum Beispiel Cube einfach weiterproduziert haben. Gesagt haben, okay, wir kriegen das irgendwie hin, wir produzieren Räder. Und vor allem, was die am cleversten gemacht haben, zum Beispiel Cube oder auch bei Stevens sieht man das, dass sie gesagt haben, wir lassen einfach Produkte jetzt über die Jahre durchlaufen. Um zwei, drei, vier oder sagen wir mal so ein, zwei, drei Jahre immer das gleiche Produkt, vielleicht ein bisschen anders anstreichen, guten Preis drauf machen und so können wir vieler durch die Krise und die haben es geschafft und die Accel-Gruppe hat alles gestoppt, musste dann nach, weiß ich nicht, als die Corona-Krise so weit vorbei war, wieder bei null anfangen, hat dann extrem produziert, hat das natürlich mit hohem Kostenaufwand nicht so richtig hingekriegt und jetzt steht es da. Und Cube hat es geschafft, gut durch die Krise zu kommen und Accel nicht so. Wenn ich jetzt aber auf diese fünf Punkte, die ich vorhin angesprochen hatte, eingehe, was sozusagen man, denke ich mal, besser machen könnte, was das bringt, dann ist einfach die Kundenfreundlichkeit des Produktes muss einfach wieder in den Vordergrund rücken. Ein Beispiel ist, ein Freund von mir wollte sich letztens ein Schaltauge kaufen für ein ganz, ganz einfaches Fahrrad, weiß ich, so ein 399 oder 599-Fahrrad und er ist in Hamburg durch jeden Fahrradladen getingelt und selbst bei dem Lädenladen, wo sie das Produkt hatten, hat er das Schaltauge nicht gekriegt. Und ihr wisst selber, ein kleines verbogenes Schaltauge lässt die Kettenschaltung schon mal ganz beschissen schalten und man muss das nachjustieren und die brechen auch ganz und schnell. Warum gibt es nicht eine Einheitlichkeit, auf jeden Fall in verschiedenen Modellen oder von Herstellern, wo immer das gleiche Schaltwerk verbaut wird? Ich habe natürlich so eine kleine Idee, woran das liegen kann, weil nämlich ein Hersteller in Asien einen Rahmen sozusagen in Auftrag gibt und bestellt, dann machen die da einfach ein neues Schaltauge dran, was so optimal zu dem Rahmen passt und da achtet, glaube ich, in der Endkonsequent niemand drauf, weil die sich natürlich dann diese Schaltaugen alle so aufs Lager legen wollen, aber beim Endkund kommt das nicht so ganz an. Dann ist mir bei meinem ganzen Fahrradtest als Punkt 2 aufgefallen, dass an wirklich sehr hochwertigen Rädern oft sehr minderwertige Parts verbaut werden. Ich habe jetzt gerade ein Rad, das kostet 6.000 Euro, da ist eine Klingel dran, die du auch an 3.99 Euro findest. Und wenn du dann manchmal auch hinter die Kulissen der Fahrradindustrie schaust und wie in Asien was eingekauft wird, dann findest du manchmal an EMTWs, die 14.000, 15.000 Euro kosten, Sättel, die im Einkauf unter 9.000 Dollar kosten. Ganz einfache Griffe, nichts Selbstentwickeltes, was vielleicht so ein bisschen aussieht, also wo sie sozusagen ihr Design draufgelegt haben, aber was einfach ein ganz, ganz einfacher und günstiger Sattel ist, wo natürlich dann sehr viel Geld mit verdient werden kann. Ein Punkt, der da auch noch mit reinspielt ist, dass ich zum Beispiel bei vielen Testrädern ausmuntiere ich oder das merke ich auch immer wieder an, gerade diese drei Kontaktpunkte, Griffe, Sattel und Pedalen, dass die oft sehr minderwertig ausgestattet wird. Früher hieß es immer, ja, der Kunde baut sich das oder so selber an. Das kann ich ja noch beim 3.99, 5.99, 9.99 Rad verstehen, aber wenn es auf 15 oder beziehungsweise über die 6.000, 7.000 geht, dann würde ich mir doch wünschen, dass da was drangebaut ist, was wirklich hochwertig ist und zum Gesamtkonzept passt. Gut bei den Pedalen, oder wie gesagt, früher war es so bei den Pedalen, dass natürlich jeder, der sich einen Rad für 2.000, 3.000 Euro gekauft hat, natürlich ein Klickpedal beim EMTB oder bei MTB drangebaut hat. Das ist aber heute, glaube ich, nicht mehr so, dass die wenigsten an E-Bikes überhaupt Klickpedalen fahren. Deshalb wäre es doch umso wichtiger, wenn wirklich sehr, sehr gutes Pedal auch sozusagen mitgeliefert werden würde. Und manchmal, wie ja, hatte ich schon hier Räder gehabt, 10.000 Euro Räder sind da so Plastikpedalen mit Strahlern drin. Eine weitere Sache, die mir extrem aufgefallen ist, ist, welche Reifen verbaut sind. Klar, die Reifen sind manchmal so schwer, dass die Fahrräder echt auch durch einen leichteren Reifen echt leichter werden. Aber dann haben die manchmal wirklich eine, ja, die günstigste Variante, die es vielleicht noch nicht mal beim Aftermarket zu kaufen gibt, sondern nur IM, um die Räder leicht und günstig zu machen. Und dann fährst du damit los, das fällt mir gerade im E-Bike-Bereich auf, und fährst, wenn draußen Splitter liegt oder Glas, und dann hast du einen Platten. Und wenn du da eine Nabenschaltung zum Beispiel hinten hast, das kannst du mal eben bei Strömen, Regen oder bei Eisregen nicht reparieren. Und da würde ich mir wünschen, die Räder einfach mehr zu durchdenken und mehr Funktionalität reinzubringen, damit so ein gesamtes Rahmenkonzept viel besser wirkt und es wirklich nicht auf den ersten Verkaufseffekt darauf aufzielt, vielleicht leichter Reifen, dann man vielleicht das Rad doch ein bisschen besser ausstatten zu können oder zu machen, damit der Kunde es einfach besser hat. Ja, was mir bei meinen Tests auch immer aufgefallen ist und was aber jetzt draußen auch weiter ankommt, ist, dass sozusagen die Räder ja mal cleaner werden und ja, dass alle Kabel immer im Steuersatz verlaufen. Oder ich hatte jetzt letztens ein Testrad, wo in den Lenker Löcher reingebohrt worden sind, dass die Kabel da durchgelegt werden. Oder aber auch, was gerade bei teilweise jetzt mal hochwertigen EMTBs zum Tragen kommt, dass sozusagen Vorbau-Lenker-Einheit nur noch eins wird. Das bedeutet natürlich für dich, wenn du das reparieren willst oder der Händler das reparieren will, ein unheimlicher Mehraufwand an Fummelarbeit. Gerade wenn man sozusagen so einen Block-Lock-Steuer-Seitz hat und den auseinanderbauen will, weil die Kabel ja durch das Steuerrohr in den Rahmen reingehen und dann verteilt werden. Oder Leitungen, die sozusagen so verlegt sind, dass man den Motor jetzt ausbauen muss beim E-Bike, um sozusagen das zu wechseln. Das macht ja so lange, solange das Fahrrad heil ist, ja überhaupt nicht so schlimm. Aber wenn vielleicht das Licht mal kaputt ist oder ich hatte den letzten Fall, wo ich die Bremsleitung wechseln wollte, da musste ich natürlich einmal den Motor, die Batterie, alles ausbauen, um dieses Kabel oder diese Bremsleitung halt einmal neu zu verlegen. Ein riesen Aufwand. Klar, wir wollen cleanere Räder mit besserer Optik haben. Aber manchmal ist doch dieses, wie soll ich sagen, auf jeden Fall, vielleicht steht manchmal die Funktion mehr vor der Optik als umgekehrt. Also, ich glaube, ich spreche da wirklich aus den Seelen der Monteure oder der Leute, die selber ein Fahrrad machen, wie kompliziert das wäre. Zusätzlich kommt noch, dass ja ganz viele Hersteller oder auch jetzt kommen wir schon mal darauf, dass sozusagen alles irgendwie nicht mehr zueinander passt und dadurch es viel, viel schwieriger wird, Sachen zu reparieren oder wieder instand zu setzen, weil du erstmal die Ersatzteile brauchst. Und dann ist natürlich die Frage, ob die Ersatzteilversorgung wirklich so gewährleistet ist, dass du sozusagen auch schnell wieder dein Fahrrad auf die Strecke zum Fahren bekommst. Ja, und dann will ich natürlich das, was Rob auch gesagt hat, nochmal resümieren und sozusagen auch mir auf meine Fahrrad mit drauf tun. In seinem Video zeigt er halt von jedem Hersteller, also TQ, von Fazua, dann natürlich von Bosch, dann von Shimano, von Bafang. Jeder hat sein eigenes Motoren-Batteriesystem, Remote-System. Bei Shimano ist es so, dass da es auf jeden Fall ja so ist, dass du schon andere Batterien zukaufen kannst und das so ein bisschen kombinieren kannst. Aber ein Bosch bleibt immer ein Bosch. Und wenn man dann sozusagen auch in das Bosch-System reingeht, es gibt ja jetzt neu das smarte System, was es vorher nicht gab. Aber denk mal nicht, dass wenn du sozusagen vorher einen Gen 3-Motor hattest und dass du das dann eins zu eins kompatibel umbauen kannst, also vielleicht einen neuen Motor reinstecken kannst, die alte Batterie behalten kann oder umgekehrt, einfach eine neue Batterie reinwenden, das funktioniert nicht. Das kannst du nicht machen. Du kannst nicht die Systeme ineinander tauschen. Klar, warum machen sie das? Damit du natürlich irgendwann sozusagen in diesem System gefangen bleibst. So vielleicht wie bei Apple, wo wenn du einmal mit Apple angefangen hast, dann kommst du da auch irgendwie nicht mehr raus, weil das ist ja nur noch mit Apple kompatibel. Sorgt natürlich dafür, dass wenn du einmal im System drin bist, das vielleicht ein bisschen einfacher hast. Aber die Kompatibilität geht ja total verloren. Ich kann nicht tauschen. Wäre vielleicht alles gar nicht so schlimm, wenn du natürlich vielleicht so wenigstens die Ladegeräte tauschen könntest. Wie viel Akku-Batterie-Ladegeräte habe ich hier rumliegen? Sechs, sieben Stück zu jedem Fahrrad. Du musst denken, wo ist das Laderiegel? Das stresst wirklich sehr. Und da sollte man vielleicht mal darauf achten, dass vielleicht sozusagen irgendwie über eine Adapterlösung oder über eine andere mögliche Lösung sozusagen alles so ein bisschen komplett kompatibler wird, damit man das besser miteinander verbauen kann. Klar, es ist so, wenn wir bei den Motorrädern, glaube ich, zum Beispiel gucken, da geht ja auch der Ducati oder der KTM hin und entwickelt einfach seine eigene Range und baut halt alles so an, dass alles nur zueinander passt. Aber da ist es natürlich so, dass die Teile, finde ich, oder wenn ich vielleicht da der Motorradindustrie vielleicht ein bisschen zuvor greife, dass die Teile einfach weniger kaputt gehen, würde ich einfach mal so sagen. Also wenn man vielleicht so Enduro-Moderäder mal anguckt, die vielleicht 10.000 Euro kosten und dann EMTBs, die auch 10.000 Euro kosten, wie oft man den Antrieb dann wechselt und beim Enduro-Moderad vielleicht gar nicht so häufig, dann geht das vielleicht nicht so komplett kaputt. Aber die Teile werden auch, die Ersatzteile mit dem Motorrad zusammen auch produziert und auf Lager gelegt, dass mit, wenn was kaputt geht, das auch sofort wieder vorhanden ist. Und wir müssen natürlich eine Sache auch sehen, wenn wir die Motorradindustrie mit der Fahrradindustrie vergleichen, ist es so, dass die Motorradindustrie gibt es ja schon seit 100 Jahren. Und der Markt hat sich natürlich einfach extrem zurecht geschrumpft und ganz viel bereinigt, dass sozusagen es nur noch wenige Player gibt und es auch selten neue dazukommen. Jetzt, gut, jetzt kommt Triumph dazu, bei den Motocross-Maschinen zum Beispiel, die sozusagen neu auf den Markt strömen oder ja, diese Gruppe um KTM, diese Pira-Gruppe hat ja Huserberg und Nusquana gekauft, hat dann Huserberg wegfallen lassen, macht jetzt nur Nusquana. Jetzt haben sie noch Gasgas gekauft, bei den Motorradherstellern. Und das ist sozusagen, dass sozusagen eine Sache wird, wo eigentlich die Sachen immer kompatibel gleich weitergebaut werden. Eine Sache hatte ich jetzt auch gesehen bei den Motocross-Maschinen von KTM, da bauen sie bei 250 und 450 und 350 identische Motorräder und wechseln da nur die Motoren, was natürlich auch zu einer Vereinfachung kommt. Ja, und zum so guten Letzt, unter Punkt 5 geht es natürlich um Preise, weil das ist ja das, was uns interessiert. Klar haben sich die Preise irgendwann durch das Bike-Leasing, aber durch die Covid-Krise halt extrem nach oben geschraubt. Jetzt hat sich das alles umgekehrt und wir hatten jetzt auch so diese Sales, Black Weeks, wie die auch alle heißen, Amazon Prime Day und da war ich echt erstaunt, wie Preise wirklich auch sinken können. Ich habe jetzt in der Recherche zu neuen Testdrainers teilweise gesehen, dass die Preise um 1500 Euro vom vorherigen Preis halt stark gesunken sind. Und im Fahrrad ist es anscheinend im Moment auch so, dass du, wenn du ein Fahrrad kaufen willst, also wirklich ganz, ganz hohe Rabatte auf die Fahrräder, da kriegst du damit, die rausgehen. Aber im Ganzen ist das natürlich gut, weil sich vielleicht jetzt sozusagen der Markt wieder so ein bisschen konsolidiert und sozusagen die Preise sich auch wieder auf ein Niveau zurechtschrumpfen, wo es vielleicht nicht ganz so schmerzt, so viel Geld für ein E-MTB oder E-Bike auszugeben. Auf der anderen Seite habe ich jetzt auch wieder neue Testräder am Start, wo ich auch gedacht habe, Alter, dass das so viel Geld kostet im Verhältnis, das ist echt, das habe ich auch noch nicht gesehen, dass da so ein hoher Preis aufgerufen wird. Ich würde mir einfach wünschen, dass die Preise wieder deutlich sinken, damit sozusagen Fahrräder wieder attraktiver werden und man da wirklich nicht so hart in die Schatzkiste greifen muss, um sich ein neues Rad zu kaufen. Wenn dann noch vielleicht die Fahrt in unseren einigen Punkten arbeiten würde, dass vielleicht einheitliche Motoren oder auf jeden Fall Ladesysteme halt entwickelt werden würde, dann würde es ja noch mal ein Stück weiter gehen. Und dann hätten wir alle was davon, weil nämlich wir Bock hätten, Fahrräder zu kaufen und die Industrie natürlich auch gut dasteht und wieder neue Produkte entwickeln kann. Manchmal habe ich bei einigen Rädern, oder bei Testrädern oder bei Fahrrädern auf jeden Fall, die ich draußen am Markt sehe, das Gefühl, dass die vielleicht einfach an Bedarf auch vorbei entwickelt worden sind, wo man immer denkt, für wen ist das denn jetzt eigentlich gemacht? Wer soll denn da mitfahren? Aber es ist ja vielleicht manchmal auch so, dass es vielleicht für jedes Fahrrad auch jemand gibt und man natürlich die Fahrräder auch noch individuell konfigurieren kann. Und dann, ja, das war sozusagen mein Video zum Thema, ja, wie geht es eigentlich weiter nach der Ankündigung des Crashes? Vielen Dank, dass Sie mir zugesehen haben. Diskutiert freundlich und frei in meinem Video und wir sehen, was da rauskommt. Und dann, ja, wie geht es eigentlich weiter nach der Ankündigung des Crashes?